Hey Gothic-Freunde, heute geht es um den jüngsten der vier engen Vertrauten des namenlosen Helden, den Feuermagier Milton. Wusstet ihr, dass Milton einen Nachnamen hat? Und kennt ihr die Beziehung zwischen seinem ehemaligen Meister Coristo und ihm? Nein? Dann seid ihr hier genau richtig. Milton, der mit vollständigen Namen laut des Gothic-Comics Milton Plescott heißt, war noch sehr jung, als er in die Armee des Königs Robbers II. zwangsrekrutiert wurde. Ihm missfiel der Militärdienst und er desertierte. Ohne einen wirklichen Plan schlug er sich durchs Leben. Beim Klauen eines Apfels wurde er unglücklicherweise erwischt und an ein Gericht überstellt. Wegen Desertation und des Diebstahls eines Apfels wurde er erst in den Kerker und dann in die Barriere auf Corines geworfen. Das Gefängnis war der Ort, an dem Milton Gorn, Lester und Diego kennenlernte. Was ihm wohl zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst war, war, dass er gerade seine besten Freunde für sein späteres Leben kennengelernt hatte. In der Barriere selbst schloss sich Milton dem alten Lager an und arbeitete sich dort nach oben. Schließlich erledigte er etliche schwierige Aufgaben für die Feuermagier. Was genau das für Aufgaben waren, wird nicht genannt. Jedoch kann man vermuten, dass sie sich entweder mit Alchemie oder Magie beschäftigt haben. Der Hochmagier Coristo entdeckte Miltons Begabung für die Magie und nahm ihn als seinen Schüler auf. Für den arroganten und hochnäsigen Coristo war Milton aber eher ein Zeitvertreib als ein echter Schüler. Dennoch lernte Milton als Novize der Feuermagie schnell und wurde schon bald ein vollwertiger Feuermagier. Während dieser Zeit stand er immer noch mit seinen Freunden aus dem Gefängnis in Kontakt. Sein Freund Gorn hatte Probleme mit Gormes Garda-Hauptmann Brabak und wurde durch ihn und seine Schergen durch einen Überfall schwer verletzt. Nun war der Intellekt des jungen Feuermagiers gefragt. Er inszenierte eine Intrige um Gorn zu retten. Dabei stahl er mit Diego magisches Erz und versteckte wertvollen Schmuck in Brabaks Quartier. Jedoch blieb der Einbruch nicht unbemerkt und bei der Flucht vor den Wachen traf ein vom Feuermagier Drago geworfener Feuerball versehentlich einen Sack mit Erz. So geschah es, dass einer der Türme der Burg durch die magische Explosion einstürzte. Das gestohlene Erz ließ Brabak auf der Suche danach mit den Söldnern aneinander geraten, was Teil von Miltons Plan war. Bei dieser Auseinandersetzung wurde er getötet und Milton und Diego stellten es später so hin, als habe Brabak illegal mit Erz gehandelt. Der namenlose Held begegnete Milton das erste Mal vor dem Tempelhaus im Alten Lager. Dabei wollte er den Brief an den obersten Feuermagier Choristo liefern. Er durfte das Tempelhaus nicht betreten, aber Milton nahm den Brief und leitete ihn an Choristo weiter. Viel mehr hatten die beiden ab da nicht miteinander zu tun. Erst einige Zeit später trafen sie sich am Stonehenge wieder. Der Held war auf der Suche nach dem Fokusstein und Milton suchte einen orkischen Talisman. Gemeinsam bekämpften und besiegten sie den Wächter der Gruft, einem Untoten, dem man nur schwer mit herkömmlichen Waffen beikam. So half Milton dem Helden mit einer Spruchrolle und zusammen konnten sie das bergen, was beide suchten. Nach diesem kleinen Abenteuer bahnte sich eine Freundschaft zwischen dem Namlosen und Milton an. Bei seiner Rückkehr ins alte Lager erfuhr Milton, dass Gomez die Feuermagier hinter Rücks hatte ermorden lassen. Milton entkam den blutrünstigen Gardisten nur, indem er geistesgegenwärtig die Lage erkannte, in der er sich befand und flüchtete. Zusammen mit Diego postierte er sich vor den Toren des Lagers und warnte Mitglieder der anderen Gruppierungen vor einem Besuch des jetzt feindlich gestimmten alten Lagers. So traf er auch wieder auf den Namlosen und war völlig neben der Spur. Der Held erkannte, dass es Gemetzel für den jungen Feuermagier erschütternd war und beruhigte ihn. Bald darauf setzte sich Milton ins neue Lager ab. Dort half er dem Helden das Schwert Urizil wieder aufzuladen. Dies geschah jedoch ohne Zustimmung der Wassermagier und die beiden mussten dies heimlich tun. Milton las dabei die Zauberformel von Xardas durch Kraftübertragung auf Urizil vor. Während der Held das Schwert mit dem magischen Erzhaufen der Wassermagier in Berührung brachte. Die Wassermagier waren über die Aktion verständlicherweise nicht gerade erfreut und wollten den Helden aufhalten. Dieser jedoch teleportierte sich aus dem Lager und Milton blieb allein zurück. Wie mit dem Helden abgesprochen erzählte Milton ihn eine Lüge, dass er vom Namlosen gegen seinen Willen dazu gezwungen wurde. Damit kam er davon. Später traf er sich mit Diego, Gorn und Lester an einem geheimen Treffpunkt, um sich über die nächsten Schritte zu beratschlagen. Nach dem Fall der Barriere kehrte Milton nach Korinus zurück. Er begab sich zum Kloster der Feuermagier und berichtete Pyrocar von den Ereignissen in der Minenkolonie und dass die magische Barriere in sich zusammengefallen sei. Für seine Taten wurde Milton belohnt. Sein Rang als Magier wurde bestätigt, seine Strafe wurde ihm erlassen und er wurde vollständig rehabilitiert. Somit war Milton kein verurteilter Gefangener mehr und konnte wieder dorthin gehen, wo er wollte, ohne sich vor den Lakaien des Königs fürchten zu müssen. Milton blieb nicht lange im Kloster, denn er begleitete Garond und dessen Truppe zurück ins Minental, um das magische Erz für König Robert II. sicherzustellen. An diesem Punkt musste ich immer etwas schmunzeln. Milton hatte damals seinen Militärdienst quittiert, weil ihm das Leben als Soldat im Dienst des Königs nicht gefiel. Später jedoch befand sich der ehemalige Deserteur wieder im Dienste des Königs und stellte diesmal als Magier das Erz sicher. Man kann vermuten, dass er vor allem wegen seines Ranges und seiner Arbeit in der königlichen Armee sehr unzufrieden war. Oder aber er noch jünger und unerfahrener war und sich seine Sichtweise mit den Erlebnissen in der Kolonie geändert hatte. Wegen seiner Ortskenntnis im Minental sollte Milton von beratender Funktion und die magische Unterstützung der Mission sein. Gorn hatte weniger Glück als Milton. Er wurde in der Burg eingekerkert. Milton, Diego, der sich außerhalb der Burg versteckte und der Held legten ihr ganzes Gold zusammen, um ihn bei Garond freizukaufen. Anschließend verließen Gorn und Milton wieder gemeinsam das Tal, nachdem der Held Garond offenbart hatte, wie aussichtslos die Lage an den einzelnen Schiffstellen aussah. Wieder im Kloster von Korinus angekommen, bewachte Milton den Eingang zum Kloster, nachdem der frühere Wächter, der Pforte Pedro, den Orden verraten und das Auge Enos gestohlen hatte. Warum gerade ein Magier und kein Nuvitse jetzt das Tor des Kloster bewachte, konnte man nirgends nachlesen. Allerdings vermute ich, dass Pyrokar und den anderen oberen Feuermagiern klar war, dass ein Nuvitse ein zu leichtes Opfer für den Blick der Suchenden sei und dass ein Magier als auserwählter Diener Enos wohl besser dagegen gewappnet sei. Nur wenig später gab er seinen Posten auf und begleitete den Helden zu den heiligen Hallen von Irdorath und kämpfte dort gegen die Kreaturen und Schergen des Bösen. Dort tat er, was er am besten konnte, den Helden gegen das Böse beraten und ihm mit seinem alchemistischen Geschick beiseite zu stehen. Nach dem Sieg gegen den untoten Drachen segelte er mit ihm und seinen Freunden zum Festland von Mertana. Auf dem Festland angekommen beteiligte sich Milton an der Befreiung von Adea von den Orks. In Adea stellte er auch fest, dass seine Runen ihre Kraft verloren hatten und er somit seiner Kräfte als Magier beraubt wurde. So wanderte er nach der Befreiung Adeas auf der Suche nach der alten Magie Richtung Norden in die Eiswüsten von Nordmar. Unterwegs begegnete ihm der Paladin Olivier und die beiden reisten gemeinsam. Im Nordmar Kloster angekommen, studierte er die alten Schriften und lernte einige Zauber der alten Magie, die den Magiern erlaubte, Zauber sogar ohne Runen wirken zu können. Milton beteiligte sich auch an der Suche und Erforschung der alten und magischen Kelche der Paladine, den Feuerkelchen. Im Heiligtum des Klosters bereitete er sich mit der Hilfe des namenlosen Helden darauf vor, die Kräfte der Kelche in der Heiligen Flamme zu erneuern, um dem Paladin eine Waffe im Kampf gegen das Böse wiedergeben zu können. Nachdem der Held aus Mertana verschwand, blieb Milton erst einmal im Kloster von Nordmar. Später wurde er von Torus entführt, welche ihn dazu zwangen ihm das Auge Innos zu geben, um eine uralte Bestie zu beschwören. Nachdem er befreit wurde, half er dem Helden im Kampf gegen die Schwarzmagier von Torus und schwor ihm, nachdem er sich zum neuen König gekrönt hatte, die Treue. Nein, Scherz. Das gehört nicht mehr zum Kanon. Zum Glück. Das klingt, als hätte sich das ein 14-Jähriger ausgedacht, der das Spiel einmal zur Hälfte durchgespielt hatte. Die offizielle Lore endete mit Miltons Verbleib im Kloster von Nordmar. Aber Spaß beiseite. Was macht den jungen Magier eigentlich aus? Milton ist in Anbetracht der Lore und seines Aussehens vermutlich Mitte bis Ende 20. mit braunem kurzen Haar, das mich immer ein wenig an das des früheren Ingo Appelt erinnert. Er trägt die Robe der Feuermagier und fungiert auch als Lehrer für den namenlosen Helden in Sachen Magie. Er fällt besonders durch sein ruhiges und doch sehr reifes Wesen auf. So ist er immer zur Stelle, wenn seine Freunde Hilfe benötigen und nutzt seinen scharfen Verstand, um zum Beispiel Gorn aus der Patsche zu helfen. Außerdem verhält er sich sehr pflichtbewusst und treu den Feuermagiern gegenüber. Dies beweist er, als er zum Beispiel direkt nach dem Fall der Barriere zu den Feuermagiern zurückkehrte und auch an kleinen Dingen. Wie, dass er seinen engen Freund, den namenlosen Helden, nicht einmal ohne weiteres im dritten Kapitel von Gothic 2 ins Kloster lassen wollte. Er benötigte zunächst erst ein Ermächtigungsschreiben von Lord Hagen, wenn dieser den Söldnern angehörte. Auch in Erdorath machte er sich Sorgen, ob der Held an das Auge Innos gedacht hatte und hielt sich bei Themen zurück, zu denen er seiner Aussage nach nichts Intelligentes sagen könnte. Das alles macht Milton für mich zu einem der liebsten Charaktere im Gothic-Universum. Ein junger Mage mit viel Potenzial, wie auch schon Choristo erkannte, der großen Wert auf seine Pflichten, dem Erforschen und der Weitergabe von Wissen und die Unterstützung seiner Liebsten gibt. Das war es mit der Gothic-Lore zu Milton. Ich hoffe, euch hat das Video sehr gefallen. Wenn ja, dann schaut doch gerne mal auf meinem Kanal vorbei. Ich habe zu allen anderen Charakteren auch schon eine Gothic-Lore erstellt. Könnt ihr euch gerne mal angucken, gibt es eine Playlist dazu. Ansonsten habe ich noch Guides und Let's Plays. Lasst doch gerne Likes und Kommentare da, gerne auch ein Abo. Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht runterziehen, habt noch einen schönen Tag und tschüss. Nachschuhen.